Freunde, seht euch das hier an. Ist das nicht wunderschön? Ne, ist es nicht, weil die letzten vergangenen drei Folgen, die waren der absolute Horror. Ähm, ja, ich hab jetzt hier alle Villager versammelt, den einen hier nochmal dazu bekommen und heute werden wir das Ganze noch abschließen in der Nacht. Wenn ihr euch fragt, ähm, warum hier keine Monster sind, ich hab die Monster hier ausgeschaltet, weil ansonsten, äh, hätte ich hier gar nichts mehr überliegt. So, wir machen da jetzt so eine Zauntür hin, genau die hier. So, die nehme ich mit. So, die kommt hier hin. So. Natürlich, die Zombies, die können die dann trotzdem angreifen oder die Villager. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so klug. Deshalb. Ja, ich weiß nicht, wie ich das mache. So, auf jeden Fall muss ich jetzt hier hoch. Ne, da, Moment, das wird erstmal zugemacht. So, hier kommen noch diese Lichter dran. Jetzt wird's wieder hell. Nein, das Ganze geht gleich wieder los. Äh, ich muss hier hoch irgendwo. Das kommt auch direkt wieder weg. So, jetzt kommen hier überall diese Zäune hin. So, pass auf, gleich stehen die alle auf. Lüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü es ist morgen aha, guck mal hier wunder, wunder, hübsch die gehören jetzt natürlich nicht genau zu dem Teil da vorne, aber das ist sowieso egal, so, also die laufen jetzt rundherum, ich hoffe, die gehen auch irgendwann an die Arbeit ansonsten haben wir ein Problem das hält uns nicht in seiner Arbeit die kommen hier auf jeden Fall, glaube ich, auch nicht mehr raus es sei denn, jemand ist hier oben aber ich hoffe einfach mal nicht, dass da jemand ist so jetzt mache ich hier vorne noch so einen kleinen Vorraum ich habe das hier nicht hingesetzt weil hier oben muss aber zu sein so machen wir hier jetzt auch noch zu so, hier kommt dann noch eine Tür hin so, nicht die Eisentür sind jetzt überall diese Katzen so, habe ich noch eine Tür ja, guck mal hier ich muss mein Inventar mal wieder aufräumen kann ja so nicht angehen also, Monster kann ich übrigens wieder anschalten so, Difficulty No, natürlich so Schwierigkeitsgrad auf Normal gesetzt ach ja so, der Eisengolem der, ja, der ist halt zwar weg das tut mir auch leid, aber ist egal so kann ich hier rein du kannst nicht hier raus ist doch allerliebst das sieht super hässlich aus so, hier vorne ist auch keiner mehr und wenn ich dann hier reingehe steht da auch niemand mehr na, ganz toll das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen ja, hier äh, Herr Sör, kommen Sie mal her die sind jetzt alle hier hinten ah, du bist ja schön am Arbeiten, ne ihr habt das aber immer noch nicht ihr müsst euch da mal versammeln irgendwie funktionieren die nicht mehr richtig die machen ihren ganz normalen Arbeitsweg gar nicht mehr die machen einfach nur noch was sie wollen so, hab ich denn nicht irgendwo noch ein Fisch mach die Tür zu ich glaub nicht, oder? müsste ich eigentlich hier oben haben und da hab ich keinen mehr so, was ich jetzt machen muss ich muss meine Hunde mal wieder suchen Mensch, die liegen jetzt seit Montag sitzen die da jetzt da oben das ist natürlich gar nicht gut die haben viel zu viel mitbekommen so, vor allem hier der Kacki ist das der Kacki? oder ist das der Kacki? nee, das ist der Kacki das ist eher schwarz ach, das sieht doch wunderschön aus aber warum arbeiten die nicht? die arbeiten nicht mehr wenn ich das alles jetzt umsonst gebaut hab dann flippe ich aus seit wann steht da überhaupt ein Baum? ich hab den Baum noch nie gesehen so dann kommt mal alle hier rein sehr gut den einen haben wir schon mal die anderen noch nicht jetzt haben wir sie na, na, halt, Rudi war das Rudi? nee, das ist Rudi einer fehlt immer noch das ist der, der rausgelaufen ist ne? natürlich, das ist Rudi Rudi so okay dann haben wir es jetzt all wieder beisammelt gut, dann muss ich jetzt erstmal mein Inventar wieder leeren also, ich habe hier erstmal wieder auf den Flash ich habe, das kommt oben hin, ich hab das, ich hab das ich hab hier wieder ein Bett äh, ich hab zwei Leinen bam äh, das Bett, das kommt rein das Boot das kommt hier rein ich spendiere euch wieder in Eisengolem keine Angst keine Ahnung warum der mich angegriffen hat warte, was war das jetzt? Wolle bam, bam, bam wir haben erde bam bam wo kommt das hier hin wir haben Holz jede Menge Holz bam, bam, bam 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 und das da auch noch das brauchen wir nicht hier haben wir noch sowas das heißt hier so, äh das kommt auch da rein so Freunde, ich würde sagen in der nächsten Folge machen wir mal eventuell unseren Lager oder wir machen die Schnee- oder Eisfarm ich weiß es nicht äh, achso da wollte ich jetzt braten, ne hier ist sogar noch ein bisschen was drin so, das kommt erstmal da rein weg da so, äh ich hab beinahe kein Brot mehr das heißt, ich packe das mal lieber wieder da rein ich hab so viele Äpfel ich hab hier nur so ein paar Pilzsuppen und alles ich nehm mal mit und ich glaub ich mach auch mal wieder so ein paar wo sind die anderen Pilze hier 1,2,3,4,5 ach das Ragu, Kaninchenragu da ist egal, dann habe ich das erstmal wieder da rein das nehme ich mal mit oder weißt du was? ne komm, das ist mal jetzt mal so ähm warum guck ich so nach oben also okay dann genau die schafe hier na, dazu muss ich hä? na, wo kommst du denn, bist du denn Rudi natürlich ach, das darf doch nicht wahr sein, wo kommt der jetzt hä? was ist mit euch jetzt los? na, die alle anderen sitzen noch da das darf doch nicht wahr sein hab ich die nicht hingesetzt oder was? so, Sitz ne, das ist er nicht Sitz so Sitz 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 der Sitz der Sitz Sitz okay jetzt kommt was, was keinen erfreut ich muss das Feld wieder ne, muss ich nicht ich guck einfach hier rein und seh das da so, das heißt ich nehm das schon mal mit genau so wie die Karotten ja, das reicht eigentlich so, ich brauch hier mal ein bisschen von denen das heißt ich oh mein Gott so betreibe hier erstmal wieder ein bisschen Massentierhaltung das war ne kleine jetzt muss ich da rein wie mach ich das ne, weißt du was, ich ähm ah, sowieso alle nur einen so, dann möchte ich hier mal ein bisschen Fleisch krieg oh, guck mal hier das geht da so ne Katze, bam, bam bam, bam, bam kommt da nicht dran, bam, bam, bam bam bam, bam, dankeschön kommt extra noch zu mir so, äh, das, ja ist jetzt natürlich unpassend für die Kleinen aber ist mir egal so, guck mal hier 44 ja, also das reicht auf jeden Fall so, kommen wir hier mal zu den Schweinen da geh ich sogar da, 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 da einer frisst immer so viel Tür zu Waren ihr das noch? Ne, das war nur der, ne? Ich muss mal aufpassen. Ja, den muss ich leider am Leben lassen. Der macht jetzt leider... So, nur 26. Jetzt ihr, ihr seid auch nicht für die Wolle da, ihr seid, um mein, um mein Essen aufzubrechen da. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. Aber nur halbwegs. Okay, bam, 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 bam. So, muss ich auf die andere Seite, bam. Na, nicht vor mir flüchten. So, jetzt muss ich gucken. Muss ich doch wieder zählen jetzt. Also, 1, 2, 3, äh, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, der muss wieder da bleiben. Tür zu! Es wird wieder Nacht. So, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Fleisch. Ihr sitzt. Ich stehe genau vorm Bett. Da ist schon wieder irgendwo eine Spinne. Das heißt, die ersten Gegner sind schon wieder gespawnt. Da läuft auch irgendwo ein Skelett. Äh. So. Na gut. So, das ist fertig. Das heißt, das kommt doch mal rein. So, das darf ich nicht braten. Mann, was machen die denn da? So. Das brate später. Ähm, das kommt da noch rein. Tschüssi. Ich habe den Hund gerade wieder aufgesetzt. Was war das jetzt? Leder. Mann, was macht denn die Spinne da oben? Ich habe ja die ganzen Pilze und alles. Dir geht's noch gut, oder? Ich muss jetzt gucken, was die da macht. Hä, wo ist die denn? Ist die auf dem Dach? Ach, da bist du. Du bist hoffentlich nicht entlaufen. Dass ihr noch einig könnt. Ah. So, seid ihr alle an der Arbeit? Ja, natürlich seid ihr alle an der Arbeit. Ich hoffe, ihr lebt auch noch alle. Ich würde gerade sagen, wir sind immer ein Schweine. Moment mal. Das darf nicht wahr sein. Das, die machen alles umsonst. Meine Scheren sind leer. Na toll. Ja, da ich jetzt keinen Bock habe, das jetzt noch zu machen, nehme ich jetzt einfach schnell die Scheren aus dem Creative Mode. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Dar, da ist das nebst. Bis dahin. Also, du bist ja auch ein... Das darf nicht nicht wahr sein. Das darf nichtалось. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht. Ach, warum ist das denn alles immer hier hinten? Ich weiß noch nicht, um was wir uns in der nächsten Folge kümmern. So, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen was. Das sortiere ich nicht mehr. Ich mache jetzt auch die Wolle hier noch rein. So, bam, 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 bam. Ich nehme das komplette Essen jetzt hier in die Hand. So, Freunde, ich würde dann erstmal sagen, das war's für diese Folge. Ich weiß jetzt noch nicht, ob... Ja, nee, wahrscheinlich war's das jetzt. Also, deshalb, ja, danke für diese Woche. Was heißt, danke für diese Woche? Ja, bis zum nächsten Mal. Oh Gott, ist das hier fertig? Nein, noch nicht ganz. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal und ciao.